Nächste Woche Montag am 11. März 2024 finden die Oscar-Verleihungen statt. Das Ganze wird so bei uns um die 0 Uhr bis 3 Uhr morgens übertragen. Und Poor Things ist da für sage und schreibe oder in sage und schreibe elf Kategorien nominiert, unter anderem auch für den besten Film. Und darin spielt Emma Stone die Hauptrolle. Sie spielt Bella Baxter, die ins Leben zurückgeholt wird, hier vom Charakter von William Dafoe. Und der setzt sie wieder zusammen aus verschiedenen Teilen. Und dann muss sie sich eben ins Leben zurückkämpfen, wieder anfangen, wie man spricht, wie man geht und entdeckt dann die Welt für sich. Und so zieht sie dann hier mit dem Charakter von Mark Ruffalo um die Welt und erlebt jede Menge Abenteuer. Ja, ab dem 5. April ist der Film dann auch im Heimkino auf Blu-ray verfügbar und dann können wir uns selber davon überzeugen, ob der Film ja seinen Lorbeeren gerecht wird. Denn ich habe schon die unterschiedlichsten Meinungen natürlich wieder zu so einem Film gelesen, weil er doch recht anders ist, als wir das ja gewohnt sind in der letzten Zeit. Das kann natürlich Anklang finden. Die einen finden ihn mega genial und die anderen finden ihn den größten Schrott. Also, da muss man sich natürlich wieder selbst davon überzeugen, falls man es nicht schon im Kino getan hat und kann dies, wie gesagt, ab dem 5. April dann im Heimkino auf Blu-ray tun. Am 14. März startet dann auch Imaginary in den deutschen Kinos. Und da haben wir dann mal wieder einen vom Blum-Haus produzierten Horrorstreifen, in dem es darum geht, dass eine junge Familie ins Elternhaus der Mutter zieht, mit den beiden Stieftöchtern. Und die Jüngste davon findet den süßen alten Teddybären der Mutter wieder. Doch dann beginnt sich ihr Verhalten zu ändern von der Tochter und sie macht dann ein paar Sachen, die ihr eben dieser Teddybär angeblich aufgetragen hat. Das können wir hier auch schon mal ganz gut erkennen. Und dann stellt sich natürlich heraus, dass der süße Teddybär nicht das ist, für das man ihn gehalten hat. Und hier können wir schon auch ganz gut erkennen, in was für eine Richtung das geht. Sieht nach Standardkost aus. Also ich glaube, da wird nichts Außergewöhnliches passieren. Aber für so einen Horrorfilm zwischendurch könnte das Ganze taugen. Wer keinen Bock hat, ins Kino zu gehen, der kann sich den Film dann natürlich auch im Heimkino angucken. Da ist er jetzt auch schon gelistet. Und als Veröffentlichungsdatum wird dann der 28. Juni angegeben. Weiter geht es mit dem nächsten Horrorstreifen. Ebenfalls von Blumhouse und auch hier James Wan produziert. Der Film heißt Night Swim und den habe ich euch schon mal vorgestellt. Darin geht es um einen Ex-Baseballspieler, der aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere an den Nagel hängen musste und somit versucht mit seiner Familie einen Neustart zu wagen. Und deshalb zieht man in ein neues Haus und dort gibt es auch einen Pool. Und der Mann ist davon ganz begeistert. Er hofft hier auch so ein bisschen Gymnastik im Wasser betreiben zu können, um dann auch wieder ein bisschen körperlicher fit zu werden. Also wird der Pool wieder hier aufgepeppt. Und das Ganze hat eine heilende Wirkung auf den Mann. Der wird dann wieder richtig topfit. Die Ärzte sind ganz erstaunt, welche Wirkung hier dieser Pool auf den Mann hat. Doch natürlich kommt es anders, als man sich das vorstellt von der Familienseite aus. Und im Pool lauert dann eine große Gefahr. Und das verbirgt auch ein altes Geheimnis. Hier sehen wir schon eben ein paar Bilder aus dem Trailer. Ab und zu ist der Film ganz stimmungsvoll. Ansonsten ist es leider nur ein Film von der Stange. Verschenktes Potenzial. Die Idee mit dem Pool fand ich gar nicht schlecht. War mal ein bisschen was Außergewöhnliches. Aber leider konnte der Film mich absolut nicht packen. Es gab dann auch ein paar sehr doofe Momente. Und vor allem die Szenen hier unter Wasser. Während die Szenen über Wasser noch ganz stimmungsvoll aussehen, sind die unter Wasser leider so. Ja, du siehst es, dass es vom Greenscreen gemacht wurde. Und hier auch etliches an CGI zum Einsatz kommt, das dann die ganze Stimmung wieder vernichtet hat. Eine Empfehlung gibt es. Deswegen von meiner Seite aus hier nicht zu Night Swim. Aber wie immer heißt es, man soll sich selbst davon ein Bild machen und sich selbst davon überzeugen. Und das könnt ihr dann ab dem 25. April im Heimkino. Weiter geht es mit dem nächsten Horrorfilm. Diesmal aber nicht von Blumhouse produziert. Wir haben den Film No Way Up. Und wenn man sich hier das Cover der Blu-ray anguckt, dann sieht man eigentlich schon alles, was in dem Film passiert. Denn wir haben einen Flugzeugabsturz hier im Pazifischen Ozean. Und da kämpfen die Überlebenden dann nicht nur verzweifelt um die letzte Luft, die hier noch in einer Luftkammer vorhanden ist, sondern man versucht natürlich auch hier nach oben zu kommen. Und dort warten dann jede Menge Haie, wie wir das hier schon auf dem Bild sehen können. Und der Film erscheint dann zum 24. Mai im Heimkino. Ihr kennt mich, ich bin ein Freund von High-Horror-Filmen, habe aber in der letzten Zeit schon so viel Mist gesehen, habe ich mich natürlich auch schon stark darüber geärgert, wie zuletzt auch bei The Black Demon. Aber es reizt einen dann doch immer wieder. Und auch da werde ich selbstverständlich dann einen Blick drauf werfen. Mit Home Sweet Home, wo das Böse wohnt, wartet dann ein deutscher Horrorfilm auf uns. Und der wurde produziert von Konstantin Film, wie wir das Ganze hier lesen können. Und deutsche und Horrorfilme, passt das, passt das nicht. Ich habe mir mal den Trailer angesehen. Und die Geschichte erzählt eben von einer jungen, schwangeren Frau namens Maria, die eines Abends hier ins alte Landhaus des Schwiegervaters zurückkehrt, wo sie mit ihrem Mann eben vor kurzem eingezogen ist. Der hängt aber in der Kanzlei fest. Und so begibt sie sich da eines Abends alleine zurück ins Haus. Hier hinten sieht man das Ganze noch Home Sweet Home. Doch da ist dann der Strom ausgefallen. Also geht sie in den Keller und sucht den Sicherungskasten. Ja, und ab da beginnt ein Abend, den sie sich so nicht vorgestellt hat. Und auch ein erbitterter Kampf ums Überleben geht los. Hier seht ihr schon ein, zwei Bilder, die darauf hindeuten, dass das Ganze auch so eine typische Horror-Story eben ist, wie wir sie auch von Blumhouse, von der Stange her kennen. Wenn man sich mal die Kommentare unter dem Trailer durchliest, dann raten eigentlich alle Zuschauer davon ab. Da gibt es auch ein paar ganz witzige Kommentare. Also liest es euch mal alleine deshalb schon durch. Ich habe mal bei IMDb geguckt. Da ist jetzt die Bewertung durchschnittlich mit 5,0 von 10. Aber wie immer, wie auch vorhin schon mehrfach erwähnt, heißt es, sich hier selbst ein Bild davon zu machen. Der Film ist auf Blu-ray schon mal hier gelistet. Allerdings zum 30. Juni. Das dürfte definitiv ein Platzhalter sein. Und mal gucken, wann es dann wirklich im Heimkino soweit ist. Dann haben wir hier mal wieder einen sehr ungewöhnlichen Film mit Nicolas Cage und zwar Dream Scenario. Der erscheint zum 28.06.2024 im Heimkino auf Blu-ray und auch in 4K plus Blu-ray. Der Film stammt vom Studio A24 und darin spielt Nicolas Cage einen Lehrer oder Professor und gewöhnlichen Familienmann, Hausmann, der eigentlich kein besonderes Leben führt, bis plötzlich alle Menschen um ihn herum und dann auch auf der ganzen Welt von ihm träumen und er somit ganz große Berühmtheit und Beliebtheit erfährt, wie er sich das eben noch nie im Leben hätte träumen können. Klingt sehr ungewöhnlich, ja. Und mal gucken, Nicolas Cage geht hier auch wieder sehr gut ab. Das Ganze entwickelt sich auch dann sehr dramatisch. Und dann schauen wir mal, was uns hier eben mit Dream Scenario erwartet ab dem 28.06. dann im Heimkino. Mad Max Fury Road wird nochmal neu veröffentlicht und zwar in 4K Ultra HD plus Blu-ray in einem sehr schicken Stilbook. Das Ganze habe ich euch schon mal vorgestellt und zwar aus Bella Italia. Hier haben wir Vorderseite, Rückseite und auch den Innenprint. Und das Coole an der Geschichte ist für alle Mad Max Fans, dass der Film dann auch im Stilbook bei uns veröffentlicht wird und zwar zum 23. Mai 2024. JPC hatte das Ganze wie immer zuerst gelistet und dann war es nach einer halben Stunde wieder nicht mehr verfügbar. Aber keine Panik, das Spielchen kennen wir ja schon seit den letzten Veröffentlichungen und ich bin mir sicher, dass das Stilbook dann auch noch bei Amazon und Co. gelistet sein wird. Wenn wir schon von Amazon sprechen, dann guckt man nochmal hier auch vorbei und zwar sind wir hier bei Amazon.com und da ist auch ein Stilbook angekündigt, welches ja auch bei uns erscheinen soll. Ob das dasselbe Artwork haben wird, das weiß ich nicht, wie bei Amazon.com. 30. April ist hier das Veröffentlichungsdatum und so sieht zumindest schon mal die Vorderseite aus. Ist jetzt nichts Spektakuläres, wie auch der Film anscheinend, wenn man eben die ganzen Kritiken dazu hört. Puh, okay. Aber vorhin schon mehrfach gesagt, wie immer gilt es, sich selbst davon ein Bild zu machen. Hier auf jeden Fall schon mal das erste Stilbook. Dann haben wir auch noch Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock, ja, nach Spooky sozusagen. Und das Stilbook sollen wir auch bei uns in Deutschland bekommen. Ist allerdings noch nirgendwo gelistet oder bestellbar. Auf jeden Fall haben wir hier bei Amazon.com schon mal ein erstes Vorschau-Bild. Auch hier wieder mit so einem Pad-Slip, wo ein paar Elemente drauf sind, wie der Schriftzug. Und wenn man den abnimmt und hier auch die Raumschiffe, dann bleibt darunter das blanke Stilbook ohne irgendwelche Schriftzüge. Wir haben auch noch die Rückseite und auch den Innenprint hier. Also eine wunderbare Sache. Gucken wir mal auf blu-ray-disc.de nach, dann sehen wir, dass das Stilbook auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika hier eine deutsche Tonspur haben wird. Sowohl auf der 4K-Scheibe als auch auf der Blu-ray. Das ist doch wunderbar. Dann schauen wir mal, wann das Ganze eben bei uns zum Bestellen verfügbar sein wird. Und zum Abschluss habe ich hier noch was Lustiges. Und zwar Lee Majors in The Fall Guy, also Colt Severs, eben ein Colt für alle Fälle bei uns. Aber der amerikanische Titel The Fall Guy eben hier. Dazu wird es ja ein Remake geben mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Da muss ich sagen, hat mich der Trailer noch nicht überzeugt. Der Film erscheint dann am 3. Mai 2024 in den deutschen Kinos. Hier nochmal das Plakat The Fall Guy. Und dann habe ich hier noch was entdeckt. Und zwar unseren guten JB. Ja, nicht von JB Entertainment, aber vielleicht gibt es dazu hier mal einen Mediapunk, der kompletiert hier die Trilogie The Fall Guy bald im Kino. Ich musste so lachen, das hat einfach meinen Tag versüßt. Und ich hoffe vielleicht auch bei euch hier den ein oder anderen erheitern zu können mit diesen Bildchen. Und in diesem Sinne soll es das gewesen sein mit den heutigen Blu-Ray News. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.